Seid mir gegrüßt zu einer weiteren Geschichte aus Maushausen. Diejenigen von euch, welche meinen Kanal schon länger verfolgen oder mal alle Videos aus allen Rubriken durchgegangen sind, die könnten sich die Passage denken, welche zu der heutigen Geschichte passt. Das Video, woher das Ganze kommt, das werde ich euch auf jeden Fall irgendwann oben in dieser Ecke mal verlinken. Und wer einen Tipp abgeben will, der schreibt doch mal bitte einfach den jetzigen Zeitstempel unten in die Kommentare. Jetzt aber schlage ich das Buch auf mit den Geschichten aus Maushausen und dann heißt es Auf den Kopf geritten. Zu Gast bei Ansgar von Haithabu und Gunnar von Birka. Die beiden Mäuseherren habe ich ganz frisch ins Team aufgenommen. Ansgar habe ich nach der Wikinger-Siedlung benannt, die ich letztens Jahr im Herbst besucht habe. Wie bei den neuen Mädels möchte ich auch ein Vorstellungsvideo von den Jungs machen. Es ist schon alles fertig aufgebaut, so dass meine Zuschauer mitverfolgen können, wie sich die zwei in ihrem neuen Heim einleben. Es ist immer wieder spannend, dabei zu sehen, wie sie das für sie neue und unbekannte Terrarium erkunden. Überall muss erst einmal eifrig geschnuppert werden. Anschließend wird der eigene Geruch verteilt. Ein Nestbau ist da vorerst gar nicht zu denken. Mit dem Finger führe ich sie zum Aufgang, der auf die obere Etage führt. Das müssen sie wissen, denn dort befindet sich die Tränke. Schön zu beobachten sind die Mäuse auch beim Knabbern am frischen Gras und der Einrichtung. Sowohl die Etagen als auch die Brücken und Aufgänge sind aus Holz oder Pappe gebaut. Ungefährlich für die Mäuse, aber nur von mehr oder weniger langer Dauer. Ansgar und Gunnar sind nicht die Ersten, die diese auseinandernehmen und werden ganz sicher auch nicht die letzten sein. Um die beiden noch etwas genauer vorzustellen, nehme ich sie auch auf die Hand und halte sie vor die Kamera. Auch das müssen sie lernen, denn schließlich kommen sie schon bald mit auf ihren ersten Markt. Ansgar, der mich jetzt schon immer wieder gerne als Laufband benutzt, hält gerade aber wieder nichts vom Stillsitzen. Nein, von mir hat er sich das nicht abgeschaut. Bevor ich reagieren kann, ist er auch schon auf meinem Kopf. Halb belustigt, halb genervt durchsuche ich meine Haare nach dem Mäuserich. Und das vor laufender Kamera. Habt ihr anfangs richtig getippt, welches Video das war? Das war, als Ansgar von Haithabu und Gunnar von Birka bei mir ganz frisch eingezogen sind. Terrarium war alles schon gerichtet, als die beiden zu mir gekommen sind. Und so konnte ich sie dann nehmen und in ihr Terrarium setzen. Das heißt von Null auf neue Umgebung und das gleich mit Kamera. Ansgar war wirklich der Mutigere von beiden. Momentan hat er eher so eine Schisserphase, aber das wird auch wieder. Ich denke, er wird einfach die Märkte vermissen. Auf jeden Fall haben die beiden mit Kamera zusammen das neue Terrarium erkundet. Und wenn ihr euch das Video angeschaut habt, dann wisst ihr, dass ich die beiden auf meiner Hand vorgestellt habe. Und es war wirklich, nee, ich verrate es euch jetzt nicht weiter. Schaut euch das Video dazu an. Ich werde es sowohl jetzt da oben in der Ecke verlinken, wie auch in der Schlusskarte. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und mich würde es freuen, wenn es viele Kommentare gibt, welche ich Kathrin dann vorlesen kann. Danke an dich, Kathrin, für diese Geschichte. Und damit schließt sich dann auch dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Jetzt im Abspann könnt ihr als erstes meinen Kanal abonnieren. Im unteren Video gibt es das erste Video von Gunnar von Birka und Ansgar von Hightavu. Und im oberen lasse ich YouTube entscheiden, was es euch vorschlägt.